So, okay. Also, wieder dasselbe Spiel wie vorhin. Zack und zack und dann haben wir es eigentlich schon. Ja, wunderbar. Und was das für ein schöner Pool geworden ist. So, das können wir hier uns sparen. Und da haben wir zumindest erstmal den Pool. So, wie sieht denn das jetzt hier aus mit Birkenholz? Jetzt haben wir 14. Das heißt allerdings, dass ich jetzt nochmal hier hoch muss. Um jetzt zwar noch schnell solche Liegen zu bauen. 6, genau, das ist gut. Obwohl wir da mal 6, 12. Da haben wir hier 16. Eine brauchen wir da jeweils davon. Muss ich wieder rechnen, was ich jetzt am effektivsten machen lässt. Na ja, 12. Ja, komm. Da können wir nämlich noch ein paar solche Liegen hier unten hinsetzen. Dann sind wir erstmal fertig. Den Rest können wir dann immer nochmal ein andermal anpeilen. Da würde ich jetzt nämlich sagen, dass das jetzt nämlich schon die letzte Folge sein wird hier. Bevor wir Schluss machen. So, da würde ich jetzt nämlich behaupten, dass ich hier jeweils so eine Liege hinbaue. Jetzt könnten wir natürlich, hier sind es zwei, hier sind es drei, das ist doof. Äh, eigentlich, boah, eigentlich ist das schon wieder scheiße. Oder ich mach's, ich mach's so. Auf jede Seite vier Stück. Oder fünf Stück, da machen wir nämlich hier noch eine hin. Ja klar, da können wir nämlich hier auch noch eine hinsetzen, so. Und da geht das nämlich fast auf. Ja, reicht der eigentlich auch zu. Ich meine, so viele Zimmer haben wir nicht, dass wir jetzt hier 100 Liegen hinbauen müssten. Das reicht zuerst mal. Und da können wir nämlich immer noch getrost dann sagen, dass wir hier hinten noch Holz machen. Bis zu den Säulen hin, ne? Dann reicht das eigentlich auch schon zu. Theoretisch könnten wir jetzt hier zwei Sprungbretter bauen. Oder eins. Oder zwei. Ja, andere noch. Ähm, das war falsch. Theoretisch. Nämlich so hier. Und da könnten wir das nämlich auch noch aus dem Holz machen, so. Reicht auch zu. Muss nicht so übertrieben groß sein. Oder machen wir noch vorne zwei dran. Klar. So. Geronimo. Pool eingeweiht. Perfekt. Sehr schön. Sauber. So, und guck mal, da haben wir immer noch. Genau zwei von jedem übrig. Das passt ja wie die Faust aufs Auge, dass wir hier noch eine Liege hinbauen können auf jede Seite. Und das reicht dann aber auch. So. Wunderbar. Besser kann es nicht sein. Sieht doch schon mal ganz schön aus, ne? Kleine Detailarbeiten und sowas. Das kommt dann alles später. Jetzt ziehen wir uns erstmal wieder zurück. Sehr schön. Hat doch gut geklappt, würde ich sagen. So, jetzt bin ich mal in der freudigen Erwartung, dass hier vorne jetzt meine Wiese noch ein Stückchen grüner geworden ist. Grüner als vorher. Auch das klappt. Ja, tatsächlich. Jetzt fängt es nämlich hier an, grün zu werden. Und da ist das dann nämlich beim nächsten Mal auch erledigt. Sehr schön. Besser geht es doch gar nicht. So, die Spitzhacke, die eine aus Stein, die können wir jetzt noch mit hier reinhauen. Schaufeln haben wir auch noch ein paar übrig. So, und da können wir jetzt erstmal nämlich wieder ans Aufräumen denken. Bruchstein. Hier waren jetzt noch die Erde, die ich mitgenommen hatte, die ich, ach Quatsch, die ich aber am Ende gar nicht gebraucht habe. War halt so ein Prophylaktikum. Eichenholz können wir natürlich auch wieder hier reinpacken. Birkenholz. Die paar, die wir da noch haben, auch. So, dann haben wir hier natürlich wieder Sand. Sand, 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 Sand. Und hier haben wir Sandstein. Da können wir nämlich jetzt den Sand mal zu Sandstein verarbeiten, weil die beiden Sandtruhen sind nämlich voll. So. So. Und so, da bleibt natürlich genau einer übrig. Ja. Komm. Nehmen wir mal jetzt hier noch obligatorisch ein bisschen was raus. Dass wir dann noch den einen mit verarbeiten können. So, und dann können wir die 29 nämlich noch mit hier reinpacken. Dann haben wir noch ein paar Birkenholz-Zäune. Eisenerz, die Eimer und die Wolle schaffen wir dann zurück zu den Schafen. Eisenerz zweimal. Die zwei Eimer. Die kommen hier mit zu den anderen beiden dazu. Und die Wolle schaffen wir hinter. Wo jetzt noch die Schafe sind. Dann bleibt uns das nämlich auf Reserve. Mann. Jetzt geht auf Frosche mal alles los. Aber wie gesagt, ich mache jetzt eh Schluss. Es ist kurz vor Mitternacht. So lange wollte ich eigentlich gar nicht machen. Aber ich hatte mich erst ein bisschen Sims 2 festgefressen. Da habe ich gesagt, spiele ich noch ein bisschen Minecraft. Weil es eben lange her ist. Dann können wir das hier mit reinpacken. Super gut. Und da haben wir das nämlich schon. Jetzt habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen zu sehr beeilt. Weil jetzt haben wir noch dreieinhalb Minuten, mit denen wir nichts anzufangen wissen. Aber hier, das ist schön, dass es jetzt erst mal grün wird. Das ist gut. Okay, ja, äh, schön. Hm, drei Minuten, toll. Ich weiß nicht. Mal schnell noch ein paar Eier einsammeln oder so. Irgendwas. Irgendwas. Was wir jetzt noch mit der angefangenen Zeit hier machen. Sammeln wir ein paar Eier einsammeln. Komm. Zack. Fünf Stück, ja, gut, immerhin. Da sind noch mehr. Ach komm, die zerdeppern wir. Mein, man kommt ja sogar nach dem Küken mit dabei raus. Ja, okay. Ja, sonst, wie gesagt, ansonsten brauche ich jetzt hier nicht mehr großartig noch irgendwie rumwürgen. Das wäre Quatsch. Auf dem Schiff, das ist ja soweit alles im Lot. Das sieht auch zunehmend alles schön aus hier. Ist auch toll, dass das alles so schön gewachsen ist hier, auch mit dem Grün und alles. Ja, ist schon geil. Haben wir schon ordentlich was gemacht wieder. So, Mietzekatzen, na? Herr Mietzekanzler, ja, Sitz, Herr Maunz, ja, und Mistapsi. Na, du Gute. Bleib mal schön auf deiner Eckbank sitzen. Tja, Freunde, was soll ich sonst sagen? Na, müssen wir mal gucken. Wir haben dann im Endeffekt noch so Pi mal Daumen 40 Folgen bis zur Folge 1000. Da können wir uns dann noch um das restliche Arrangement kümmern, was das Hotel angeht. Sprich, ein paar Möbel noch reinbauen und eventuell so eine kleine Duschzelle. Dazu müsste ich mich dann aber erstmal belesen, wie das ging mit den Glasscheiben herstellen. Weil Glas ist ja kein Problem, aber Glasscheiben weiß ich jetzt gerade noch nicht so genau, wie das ging. Und dann müsste ich natürlich noch wissen, wie das war mit den Bilderrahmen. Damit wir dann auch die Bilderrahmen, sondern Gemälde, quasi an die Kühlschränke dran zimmern können. Und wenn das dann an den Kühlschränken dran ist, dann sieht das dann ungefähr so aus wie hier unten bei mir. Ja, das ist ja so ähnlich. So eine Kühlschranktür halt, ne? Ja, und das machen wir dann noch in der nächsten Aufnahmesession. Jetzt, ja, ein paar Minuten vor Mitternacht verabschiede ich mich dann erstmal in den heutigen Ruhestand. Und würde mal sagen, dass wir uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wiedersehen. Wie gesagt, das Hotel... Wupp! Schluck auf, siehst du gleich, geht's los. Äh, das Hotel wird dann auf jeden Fall noch fertig werden. Was wir auch noch mitmachen, ist hier so ein bisschen einen Berg rumkrabbeln. Stück für Stück und da schon die Bäume pflanzen, die ersten. Und dann schauen wir mal, was uns da noch so bevorsteht. Und wie gesagt, mit Folge 1000 ist ja dann nicht Schluss, sondern es geht ja danach auch mal weiter. Wir wollen ja gegen Monster kämpfen, wir wollen ja ein paar neue Projekte starten und so weiter und so fort, was wir jetzt alles nicht mehr machen müssen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr weiterhin dabei seid. Sage Tschau mit Miau und bis zum nächsten Mal bei Minecraft. Tschau, tschau!